Du hast den Gesellenbrief in der Tasche und Lust auf mehr? Im Handwerk kein Problem, der Meisterbrief macht's möglich. Als Meister bist du nicht nur in deinem Fachgebiet ganz vorne mit dabei, sondern hast auch ansonsten den großen Überblick. Damit kannst du deine eigene Firma gründen, einen Betrieb oder Führungsaufgaben im Betrieb übernehmen und für Fachkräfte Nachwuchs sorgen. Es gibt tausend Chancen und der Meisterbrief Made in Germany bietet für alle die Basis. Und das übrigens nicht nur in Deutschland. Der Meistertitel wird nämlich international anerkannt und steht weltweit für Qualität und Können. Wenn du dann immer noch studieren willst, ist das auch kein Problem. Wer den Meisterbrief hat, braucht dafür nämlich kein Abitur. Es ist zwar noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber mit der richtigen Vorbereitung ist Meister werden nicht schwer. Meistervorbereitungskurse gibt es ganz in deiner Nähe. Am besten du informierst dich bei deiner Handwerkskammer. In unseren Meisterkursen bereiten wir dich intensiv auf die Meisterprüfung vor. In Vollzeit oder berufsbegleitend, mit erfahrenen und zertifizierten Lehrmeistern, in kleinen Gruppen, unter Einsatz moderner didaktischer Methoden und technischer Mittel. Der Kurs ist in vier Teile gegliedert. Zwei davon bilden jeweils eine Einheit. In den Teilen 1 und 2 geht es um gewerkspezifisches Wissen in Theorie und Praxis. In den Teilen 3 und 4 lernst du, was man als Chef sonst so braucht. Betriebswirtschaft zum Beispiel oder Wirtschafts- und Arbeitsrecht, damit du kaufmännisch und rechtlich auf sicherem Boden stehst. Die Prüfung besteht entsprechend aus vier Teilen und natürlich deinem Meisterstück. Wenn du es bis hierher geschafft hast, weißt du, der Meister zahlt sich aus. Und finanziell musst du ihn noch nicht einmal alleine stemmen. Zu deiner Unterstützung gibt es zum Beispiel MeisterBAföG, Zuschüsse zum Unterhalt, Kursgebührerstattung bei Rehabilitationsmaßnahmen und für Überflieger ein Stipendium. Und falls du vorher noch Fragen hast, wir sind für dich da. Die Handwerkskammer Konstanz und ihre Bildungsakademien begleiten dich gerne auf deinem individuellen Karriereweg. Kursgebührerstattung bei Rehabilitationsmaßnahmen und für überflieger